Welche Vor- und Nachteile haben eigentlich die verschiedenen Antriebskonzepte für die Motorensteuerung? Zahnriemen zeichnen sich besonders durch eine hohe Laufruhe aus. Außerdem ist der Zahnriemen leichter. In der Folge werden geringere Massen bewegt. Dadurch werden Benzinverbrauch und CO2-Ausstoß positiv beeinflusst. Zahnriementriebe erfordern konstruktiv einen geringeren Aufwand bezüglich der vorderen Motorenabdichtung. Konzepte mit Steuerkette sind hier deutlich aufwendiger. Dies liegt daran, dass der Kettentrieb über das Motorenöl geschmiert wird. Entsprechend ist das Konzept Steuerkette auch teurer in der Umsetzung. Wie sieht es mit Wartung und Pflege aus? Zahnriemen können reißen. Zahnriemen reißen, weil die Weichmacher verdunsten und der Riemen aushärtet. Reißt der Zahnriemen bei laufendem Motor können Ventile und Kolben im Motor aufeinanderschlagen. Die Folge ein Motorschaden. Um dies zu vermeiden, musst du unbedingt die Wartungsintervalle einhalten. Die Zahnriemen Wechselintervalle liegen je nach Fahrzeugtyp zwischen 60.000 und 150.000 km. Beim Punkt Wartung hat die Steuerkette gegenüber dem Zahnriemen also eindeutig Vorteile.